DachPro Bänder, auch richtig geiles Werkzeug zum Blech abkanten, wenn ihr ein bisschen mobil auf der Baustelle seid. Auch übertriebene Qualität, hier mit DachPro. Sehr geil, das gibt es alles im Set, hier in dem ganzen Koffer mit dem Kanter. Und hier dann, um die Bleche rumzuholen. Auch richtig geil, also wirklich richtig coole Qualität. Hier auch ein bisschen kleiner, auch für Rundungen. Wie gesagt, 1A Qualität, alles mit DachPro versehen. Genau, also jetzt fleißig einkaufen Freunde, abchecken und bestellen. Und hier, also durch die Baustelle 3a Passage. Die Baustelle geht um therapeutic.